Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martina Feist. Ich bin Pferdetrainerin und Yoga-Übungsleiterin. Ich lebe hier auf dem Reit- und Ferienbetrieb Landikhof. Mein Leben ist spannend und bunt hier oben in den Bergen mit meinen vielen Tieren und meinen Feriengästen. Pferde schenken uns Kraft, Mut und Selbstbewusstsein. Sie helfen uns, unsere Schwächen und Ängste zu überwinden. Pferde tragen uns durchs Leben. Spielerisch lernen die Kinder die Kommunikation mit dem Pferd. Die Erwachsenen erfahren das Glück, sich tragen zu lassen. Tiere bereichern unser Leben, sie beruhigen uns und regeln uns an. Sie fördern unsere Kreativität, Empathie und unser Körpergefühl. Tiere machen glücklich. Yoga und Reiten ergänzen sich bestens. Das Yoga entspannt und stärkt unseren Körper, bringt uns körperlich und mental ins Gleichgewicht. Ideale Voraussetzungen für einen ausbalancierten Reiter. Yoga in der Natur des Schwarzwaldes in Kombination mit Pferden zu erleben, ist einzigartig und magisch. Anfänger sowie Geübte sind gleichermaßen willkommen bei uns. Ich freue mich auf dich. Kommt zum Erleben ins Volltag!